Musik Hat es jemand erkannt? Es sitzen genug Leute hier, die es kennen könnten, was das Alter anbelangt. Das Original ist von 1965. Können wir einmal nicht bei dir sein. Dam, 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 denk daran, du bist nie allein. Dam, 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 schöne Grüße von der NSA. Abhören tut doch gar nicht weh. Aber trifft's dann mal die Kanzlerin. Oh, ist gleich der Weltfrieden hin. Sag nur, was dir auf der Seele brennt. Dam, 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 dam. Wir haben das Programm, das das erkennt. Dam, 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 dam. Schöne Grüße von der NSA. Das ist doch alles gar nicht wahr. Wir machen hier doch nur alles klar. Ah, ist das nicht wunderbar. Red nur frei nach deinem Sinn. Dam, 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 dam. Den Schuldspruch kriegen wir schon hin. Dam, 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 dam. Schöne Grüße vom BND. Wir tun dir doch auch nicht weh. Denk mal nur, alles, alles geht vorbei. Und wir, wir bleiben sicher treu. Hörst du's knacken im Apparat? Knack, 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 knack. Dann arbeiten wir nur ganz akkurat. Knack, 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 knack. Schöne Grüße von der NSA. Wir kennen auch den BND. Das war mal unser bester Freund. Aber da sind ja ganz offensichtlich gewisse Dissonanzen aufgetreten. Das war das Zeichen von S.O.S. Das war das Zeichen von S.O.S. Danke.